Hallo. 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 Ich bin Sabrina. Ciao Sabrina. Hallo Dominik. Hallo Dominik. Herzlich willkommen bei Joy. Merci vielmals. Es ist mein erster Abendstag heute. Erster Abendstag? Ja. Hallo. 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 Du bist wie er? Desiree. Hallo Desiree. Was muss ich machen? Ich arbeite mit Sabrina. Du möchtest mal einen Platz auswählen. Hallo. Ich bin Sabrina. Wer bist du? Christina. Hallo Christina. Kaffee? Ja. Wäre echt wenig. Ja, Theorie. Das ist aber nett. Genau. Du? Genau. Du lebst mal ein bisschen. Du trinkst einen Kaffee. Okay. Hm? Nicht streng. Okay. Was machst du? Ich würde gerne massieren. Was ist das für ein komische Ort?